Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hallo meine Lieben, heute habe ich ein Last Minute Geschenk, wenn ihr noch schnell in die Bücherei flitzt und ein Buch kauft für eure Freunde oder für wen auch immer, wen ihr halt beschenken wollt. Eine Last Minute Idee, womit ihr mal eure Büroklammern aufbrauchen könnt. Ja und was ich mir damit jetzt habe einfallen lassen, das seht ihr gleich. Ihr Lieben, für dieses Projekt habe ich mir jetzt natürlich erstmal die Klammern zurechtgelegt und dann hier meine Kiste rausgeholt. Hier sind lauter Perlen, Raindrops, Flügel und ja, alle möglichen Sachen habe ich hier drin verstaut. Dann habe ich mir ein stabiles Band, so ein Stopfgarn zurechtgelegt. Ihr könnt aber auch Nylon nehmen. Da solltet ihr dann aber gut unten mit dem Feuerzeug ein bisschen verschmelzen, damit es eben nicht wieder aufgeht. Ich glaube, ich werde lieber diesen Faden hier benutzen und dann schneide ich mir einfach erstmal ein Stückchen ab. Ich schiebe mir mal meine Kiste da ein bisschen zur Seite und nehme mir hier einfach mal ein paar Sachen raus, die ich vielleicht verwenden werde. Hier sind auch noch so Verbindungsteile und Perlenkappen und, 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 und. Ja, da könnt ihr ja wirklich ganz frei sein in eurer Kreativität. Und ich glaube, ich werde es jetzt sogar mal so machen. Ich werde mal Sachen probieren, die ich irgendwann mal bei Doreen Witz bestellt habe und bis heute nicht einmal ausprobiert habe. Wie zum Beispiel diese Wunder, Upsi, nein, nicht runterfallen, wie diese wunderschönen Perlenkappen hier. Und ich finde, die sehen aus wie Kleidchen von so einer Elfe oder so. Und wenn man jetzt dazu hier solche Flügelchen nimmt, die dann so holographisch sind, und noch eine nette Perle dazu, dann sieht das bestimmt toll aus, oben vielleicht dann noch als Heiligenschein irgendwie sowas hier in die Richtung. Vielleicht so eine silberne Perle. Weil wenn es dann zu viel einfach nur Silber ist, wird es vielleicht ein bisschen zu langweilig. So, was ich jetzt als erstes mache, ich nehme mir hier die Büroklammer. Jetzt achte ich drauf, so will ich das natürlich später ans Buch dran klemmen. Das heißt, für mich ist hier jetzt oben, wo dann später meine Sachen dran kommen sollen. Und dann knote ich mir das Ganze hier erstmal schön dran fest. Die eine Hälfte des Fadens lasse ich mit Absicht schön kurz, weil ich den ja eh gleich abschneide. Ihr müsst den Faden auch nicht so lang machen, ihr könnt ihn von Anfang an gleich ein bisschen kürzer machen. Je nachdem, was ihr eben dran machen wollt. Wollt ihr eine, ups, seht ihr, da ist es schon wieder aufgegangen. Habe ich zu weit hinten abgeschnitten. Na, so, drehte ich sie erstmal. Pleiten, Pech und Pannen hier heute. So, jetzt aber, Knoten 1 sitzt, Knoten 2 auch. Und ich glaube, ich mache vorsichtshalber jetzt noch einen dritten. Und ich glaube, ich gehe hier sogar noch einmal unten durch und mache nochmal 2 Knoten, um ganz sicher zu gehen. Dass es mir ja nicht wieder abgeht. So, und jetzt schneide ich es wieder ab, weil diesmal passe ich auf, dass ich ein bisschen mehr stehen lasse. Dass es mir nicht gleich wieder aufgeht. So, jetzt sitzt es auf jeden Fall bombenfest. Gut, und jetzt werde ich, also wir müssen jetzt überlegen, dass das hier später quasi unten ist. Das wird in unserem Buch hängen, also an unserer Buchseite. Habe ich hier nicht irgendwas. Nehme ich mir mal das Ding so. Das wird dann später so an unsere Seite geklemmt. Und das guckt eben oben dann quasi aus dem Buch heraus. Und ja, hier soll jetzt eben die Deko dran. Und dann ist das hier quasi unten und das wird dann oben sein. Das müssen wir jetzt bedenken. So, und zwar werde ich dann, wenn das hier oben sein soll, mit dem Heiligenschein anfangen. Da gucke ich hier jetzt mal, was mir hier am besten als Heiligenschein passt. Ich glaube, das hier ist ganz süß. Obwohl, das hat so ein dickes Loch. Doch, ich glaube, das wird nix. Vielleicht lieber das hier. Das packe ich mir später wieder ein. Ja, und dann fädele ich die Sachen eben einfach nur in der Reihenfolge, wie ich es gerne hätte, auf. Nur ist gut. So, einmal. So, dann brauche ich ja theoretisch noch eine kleine Perle für den Kopf. Da gucke ich hier gerade mal in dieser Mixtüte, ob ich hier nicht irgendwas finde, was mir gefällt. Und ich glaube, das sind alle zu klein. So was hier vielleicht. Hat dann auch so ein bisschen Hautfarben. Und ist nicht ganz rund. Also ist so ein bisschen, sind halt so Perlen. So. Ja, vielleicht müsst ihr mal gucken, ob ihr das so durchbekommt. Oder vielleicht euch das auf eine Nadel fädeln müsst. Und dann eben durchfädeln. Weil dieser hier, der hat jetzt einen mega, mega, mega dünnen Dings. Da wird das, glaube ich, gar nicht durchgehen. Ne, das werde ich nicht hinkriegen jetzt. Okay, dann nehme ich mir doch eine andere, die ein bisschen größer ist. So das Loch ein bisschen mehr Platz hat. Ach, ich glaube, ich probiere mal diese eine ganz witzige hier unter. Da hatte ich gerade eine da. Die hier, die sieht doch gut aus. Guckt mal, die passt doch dazu. Ja, und das Löchlein ist auch groß genug. Schwupp. Jawohl. Und dann das Flügelchen. Na. Ja, die Perle. Oh, die hat auch so ein mega dünnes Loch. Mal gucken. Ja, also ich empfehle euch tatsächlich, euch eine Nadel zu nehmen. Und, also eine ganz feine Nadel. Und das eventuell so aufzufiedeln. So, ich habe mir das jetzt einmal hier auf so eine ganz feine Nadel gefiedelt. Damit wird das jetzt auf jeden Fall besser funktionieren. Jawohl. Und zack, ist es drauf. Und dann, wenn wir das gleich so haben, dann mache ich das so auch gleich weiter. Dann gleich noch das Röckchen hinterher. So, und jetzt schaue ich mir das Ganze einmal an, ob mir das so auch gefällt. Und ich finde es super süß. Und jetzt mache ich mir hier einen Knoten. Und da muss ich jetzt gucken. Der Knoten muss natürlich dick genug sein, dass da nachher auch wirklich nichts mehr weggeht. Was ihr auch machen könnt, was ich dir wahrscheinlich auch jetzt gleich machen werde, ist, ihr könnt so einen Stopper benutzen, damit das nicht mehr runterrutscht. Und da werde ich jetzt mal schauen, welchen ich da am besten nehme. Ich nehme hier so einen ganz feinen, ich glaube, ich nehme einen etwas dickeren, also so eine Quetschperle nennen sich die Dinger. Und, ja, da werde ich mir jetzt mal eine nehmen hier und werde die gleich mal da festdrücken hinter meinem Knoten, damit das nicht mir wieder alles runterrutscht. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich die Nadel schon wieder rausgemacht habe. Ich muss mal gucken, ob ich das hier so reinbekomme. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich mache das nochmal mit der Nadel. So, ich habe mir das jetzt nochmal auf die Nadel gemacht, weil das doch einfacher geht. Und, zack, einmal die Quetschperle bis zum Knoten. Ah, jetzt ist sie sogar über den Knoten gerutscht, seht ihr. Dann mache ich sie direkt hinter den Knoten. Und hier habe ich eine Zange, mit der man eben solche Quetschperlen zusammendrücken kann. Und da gucke ich jetzt mal, welche Einstellung ich nehme. Ich nehme erst mal die große und drücke einmal und dann würde ich sagen, ja, nach oben hat sie noch Bewegung, nach unten durch den Knoten, aber nicht mehr. Jetzt nochmal ein ganz bisschen fester drücken. Und so, weil wenn man die nämlich zu fest drückt, dann kann es einem auch passieren, dass sie kaputt gehen. So, und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn denn die Quetschperle unten reinrutscht. So, genau. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und natürlich könnt ihr den Faden hier unten jetzt noch abschneiden. Ihr könnt ihn aber auch dran lassen. Das ist Geschmackssache, wie ihr das gerne möchtet. Ich werde ihn abschneiden. Nicht zu eng, nicht, dass der Knoten wieder aufgeht. Und da verschwindet ja eh noch ein bisschen was unter dem Röckchen. Ja, und dann könnt ihr das eben so an euer Büchlein festklemmen. Und habt dann am anderen Ende dann eben hier so einen Engel oder ein paar Perlen einfach nur oder was auch immer ihr da eben dran baut, habt ihr dann eben als Lesezeichen. Ja, ich finde das eine super Idee, um auch diese Klammern mal zu verbrauchen. Ich hatte bisher nicht so wirklich Ideen, was ich mit diesen Klammern mache. Aber ich finde, so als Lesezeichen machen die sich doch ganz gut. Ja, meine Lieben, diesen hier habe ich ja nun gerade mit euch zusammen gemacht. Da habt ihr ja jetzt gesehen, wie ich den gemacht habe. Und ja, das ist ja immer das gleiche Prinzip. Von daher habe ich mir gedacht, es reicht, wenn ich euch einen zeige. Mit dem Goldenen, da hatte ich jetzt so passend gelb und goldene Sachen. Und dann habe ich gedacht, gold, da passt eigentlich auch immer ganz gut ein Engel. Also habe ich da auch wieder einen Engel draus gemacht. Und ja, hier habe ich mir jetzt aber gesagt, nee, komm, da muss ja auch mal was anderes sein. Und habe jetzt einfach nur so bunt und habe mir da solche Blumenperlen genommen. Die habe ich, glaube ich, mal von Teddy irgendwie in so einer Packung gehabt. Und dann habe ich so kleine Rainbow Drops, heißen die, glaube ich, mir genommen. Und da war das Problem, die waren gar nicht durchgebohrt. Ich dachte, die, also die waren eher wie Halbperlen. Ich dachte immer, dass da Löcher drin sind. Bei manchen waren auch so Löcher angedeutet, aber die waren halt nie komplett durch. Und dann habe ich mir einfach meinen Bohrer genommen und habe mir da einmal durchgebohrt, damit ich mir die anhängen kann, weil die passten von der Farbe so geil. Ja, dann habe ich mir hier einen Stopper genommen und hier unten auch. Und habe mir hier noch so ein Herz dazwischen gebaut. Und das Herz hat jetzt hier halt ein bisschen Spiel nach unten. Also da ist ein bisschen Luft zwischen den Sachen. Wenn es dann nachher hängt, dann hängt es eben so. Und hier habe ich es jetzt auch oben mal relativ kurz gelassen. Also nicht so viel Band wie jetzt zum Beispiel hier. Und das könnt ihr natürlich variieren, wie ihr das wollt. Und ja, ich wollte euch wenigstens von jeder Farbe einmal hier was zeigen. Und ja, weil ich hier jetzt die Sachen halt passend hatte, wurden es jetzt halt Engel oder Elfen, kann man ja jetzt sagen, wie man möchte. Und hier, wie gesagt, einmal was ein bisschen anderes. Und ich dachte, hier passt auch bunt ganz gut. Und wie gesagt, mit den Stopperperlen, ihr könnt das natürlich auch noch länger ziehen. Das ist ja komplett eurer Fantasie und euren Möglichkeiten überlassen. Je nachdem, was ihr alles so zu Hause habt. Und wenn ihr dann eben diese Quetschperlen habt, um das zu stoppen, kann man eben auch Lufträume, so wie hier, schaffen. Und dann vielleicht einen Namen sogar reinschreiben oder so. Oder, keine Ahnung, von einem bestimmten Autor oder wie auch immer. Da sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Okay, ihr Lieben, das war meine kleine Geschenkidee. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht habt ihr ja noch jemanden auf der Liste, wo ihr sagt, Mensch, der Person möchte ich gerne ein Buch schenken. Und so eine selbstgemachte Kleinigkeit wäre aber schon schön, weil ich nicht nur was Gekauftes schenken möchte. Und ich dachte mir, dafür sind solche Sachen halt gut geeignet. Ja, ihr Lieben, dann sage ich Tschüss und bis morgen.